Hallo, wir zwei sind Dreikant. Wir unterhalten euch über die Mittagspause oder über die Mittagszeit und erzählen uns so ein bisschen, woher wir kommen, was wir machen, wie wir als Produktgestalter im klassischen Sinn, also wir haben Industriedesign studiert und praktizieren das, so langsam auf diese Internet-of-Things-Geschichte, auch in Richtung Marketing, diese Connected Products, Physical Computing, alles was man so hört, wie wir langsam darauf kommen oder wie wir langsam uns da interagieren. Wir haben mit Herrn Antwerpes oder mit Antwerpes generell auch schon zusammengearbeitet, Produkte umgesetzt, sind da so ein bisschen mit reingerutscht, also man sieht zum Beispiel da hinten die Körbchen oder den Stuhl. Den Stuhl haben wir nicht komplett gemacht, sondern zur Hälfte, wenn man sich draufsetzt mit den Sensoren, die interagieren und wir sind in dieses ganze Smart-Geschäft so ein bisschen eigentlich reingerutscht und interessieren uns immer mehr dafür und können das immer mehr verbinden mit der klassischen Produktentwicklung und Gestaltung. Ich leite mal so ein bisschen durch und wir zeigen am Anfang Produkte, wie wir angefangen haben. Also wir zeigen immer, nicht erschrecken, wir zeigen immer, wie es zunächst ausgesehen hat. Und nachdem wir dann mal ein bisschen Zeit und Gedanken investiert haben, wie es danach dann aussah, vielleicht haben gerade eben ein paar Leute den Vortrag von Ottobock mitgekriegt. Wir haben lange Zeit für Ottobock gearbeitet im Bereich der Mobility. Also wir haben alles in Richtung Rollstühle, Rollatoren, Sitzsysteme entwickelt und gestaltet bis hin zu fast serienfertigen Prototypen, die dann auf Messen ausgestellt wurden und die man auch testen konnte. Wir haben neben der Mobility oder neben der Healthcare viel im Investitionsgüterbereich gemacht. Weiß jemand, was das ist? Wir auch nicht, als wir das gesehen haben. Das ist eine Maschine, die am Anfang eines Herstellungsprozesses für Kunststoffgüter steht, ein Kunststoffextruder. Und nachdem wir das dann in die Hand genommen haben, wurde das auf der letzten Kunststoffmesse dann so repräsentiert. Man weiß immer noch nicht, was es ist, aber man kann sich irgendwie ein bisschen mehr mit dem Produkt identifizieren und man konnte erklären, dass es eine Maschine ist und nicht tatsächlich irgendein Verhauf von Kabeln und Schnecken. Ja, aber man kann sagen, in der Industrie, für die wir das gemacht haben, die wissen sofort Bescheid. Die sehen sofort, was da jetzt innovativ, neu und wie das Feuer aussah oder wie der Sprung ist. Genau. Eine weitere Sache, die wir gemacht haben, für die Firma Kerpholz aus Köln. Also wir kommen aus Köln, wir arbeiten relativ viel mit Start-ups oder mit kleineren Firmen zusammen, auch im regionalen Bereich. Und die kamen auf uns zu und meinten, ja, wir verkaufen seit mehreren Jahren Holzbrillen auf dem Markt. Wir haben uns asiatische Uhren aus Holz dazugeholt, weil wir machen Holz. Wir heißen Kerpholz, wir machen Holzprodukte. Aber irgendwie sind Leute auf den Trichter gekommen, wir können das in Asien kaufen für 5 Dollar und verkaufen das hier für 100 Dollar oder für 100 Euro. Langsam wird der Markt knapp, könnt ihr uns helfen? Und dann haben wir gesagt, ja klar können wir euch helfen, machen wir natürlich gerne. Und das war so das Ergebnis unserer Hilfe für Kerpholz. Das hat die Jungs dann wieder an die Marktspitze katapultiert. Das sind so ein paar Produkte, die wir in Vergangenheit technisch und formal gestaltet haben. Das hat eigentlich nicht viel mit dem ganzen Talk hier zu tun, aber um so ein bisschen einzuleiten. Kann man als Produktdesign abhaken. Genau, also Produktdesign ist hiermit durch und jetzt fangen wir langsam mal an, auf dieses Thema smart zu kommen. Und smart, also man hört es ja seit mehreren Jahren, der Bri hat es gerade eben vorgestellt, seit 15 Jahren. Uns ist es, weil wir nicht ganz so krasse Nerds sind, so seit 5, 10 Jahren ein Begriff. Man hat sich immer so ein bisschen gescheut, weil smart ist immer so ein Ding, was in der Luft steht. Und man denkt sich, ja okay, Smartphone, Smart Chair, Smart Körbchen, Smart Bottle, keine Ahnung. Aber es ist immer so was irgendwie Unbegründetes. Und wir haben dann irgendwann versucht, okay wir statten Sachen mit Sensoren aus. Wir lassen Sachen irgendwie tracken. Wir machen Software drauf. Wir fangen an, Produkte so ein bisschen lebendiger und intelligenter zu machen. Man kann vielleicht auch noch sagen, wir kamen so ein bisschen von einer anderen Richtung. Also die Techniker entwickeln was und machen das zu einem Produkt. Und wir waren als Produktentwickler, Produktdesigner, wir haben die Technik integriert in unsere Produkte. Also das ist so ein bisschen ein anderer Weg, aber funktioniert genauso. Also wir zeigen ein Beispiel, um das ein bisschen einzuleiten. Nachher zeigen wir einen smarten Hundenapf. Klingt ein bisschen komisch, aber wir zeigen nachher, warum es tatsächlich smart ist und warum es auch im Produktdesign ein paar Schritte weiter geht, dadurch, dass man Sachen smart werden lässt. Man kennt diese Dash-Bartons von Amazon. Man drückt drauf und man kriegt halt das Produkt neu. In dem Fall hat man zu spät gedrückt, weil man hat kein Klopapier mehr. Das lässt dann so die Frage, also es wird immer noch als Internet of Things oder smartes Produkt verkauft. Ist es tatsächlich ein smartes Produkt in dem Fall, wenn man da sitzt und das Produkt nicht mehr hat? Also im klassischen Sinn ist es irgendwie ein smartes Produkt, aber in dem Fall nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, das Produkt, was wir vorstellen, was wir auch schon 2015 entwickelt haben und uns dann nochmal Gedanken gemacht haben, was macht das denn tatsächlich smart? Oder in welchen Richtungen können wir als eigentlich Fachfremde dann von smarten Sachen reden? Oder wie können wir Kunden überzeugen davon, dass wir ein smartes Thema angehen? Also prinzipiell, ich weiß nicht, ob man das genau erkennen kann. Wir haben ganz links die Firma, in der Mitte den Futtersack, das Herrchen und den Hund. Wir haben unten einen Fressnapf, der ist mit einer Ladestation an der Steckdose verbunden und einen Activity-Tracker, also was man für Menschen kennt, was man an der Hand tragen kann. Gibt es auch für Hunde. Wir haben das vereinheitlich in einer Designlinie und wir haben das Ganze vergnetzt oder verknüpft. Also es ist ein verbundenes Produkt. Der Napf kommuniziert über den Activity-Tracker mit dem Hund. Der Napf kommuniziert über die App mit dem Menschen. Der Napf kommuniziert über einen RFID-Tag, also über eine ID, die der Futtersack dem Napf mitteilt, über den Futtersack. Und das ganze System kann auch irgendwie mit der Firma kommunizieren. Also wenn das Futter zur Neige geht, kann der Napf automatisch nachbestellen. So generell. Wir kommen nachher nochmal drauf, wie sich das Produkt überhaupt entwickelt hat oder wie wir darauf gekommen sind und welche Schritte dann notwendig waren. Prinzipiell haben wir uns am Anfang auch gefragt, warum sollten wir einen Hundenapf smart machen. Eigentlich ist das ein unintelligentstes Produkt, was man irgendwie haben kann. Das ist ein Blechnapf, der irgendwo in der Ecke steht und der ab und an mal sauber gemacht wird und mit Hundefutter befüllt wird. Dann sind wir darauf gekommen, dass diese Idee, jetzt kommen wir wieder ins Marketing, dass Tierprodukte oder Produkte für den besten Freund des Menschen, ähnlich wie Kinderprodukte, die haben einen sehr hohen Markt und man kann sehr viel Geld damit verdienen. Im Thema Marketing muss man, um viel Geld zu verdienen, sehr nah am Kunden zu sein, muss man sehr nah am Kunden sein und muss eigentlich genau wissen, was der Kunde will oder was er möchte. Und eigentlich geht es nicht in dem Fall um den Hundenapf, sondern es geht eigentlich um Hundefutter oder Zubehör für Hunde zu verkaufen. Und um näher an dem Konsumenten oder einem Klienten zu sein und dem Klienten auch tatsächlich eine Begründung zu geben, warum er Daten preisgeben sollte, also die Aktivität seines Hundes, die Fressmenge seines Hundes, alles andere rund um seinen Hund, muss man ihn irgendwie überzeugen. Das kann man durch gutes Design machen, also gute Produkte, das kann man durch Abos machen, indem man ein gutes Produkt fast kostenlos, also vermeintlich kostenlos hinstellt und sagt, okay, jetzt hast du einen coolen Hundenapf, musst nichts dafür bezahlen, aber du musst ein Abo abschließen. Du kriegst dann irgendwie Hundefutter, der stellt das automatisch nach. Da kommen wir dann auch wieder in diese Richtung Dashbuttons, also man muss es nicht aktiv machen, sondern er macht das für einen. Und das Ganze läuft im Hintergrund. Jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses Smart-Thema. Wir haben uns dann immer wieder oder auch in dem Prozess die Frage gestellt, Smart, was heißt das, was kann das sein? Und wie könnte man das tatsächlich jemandem mal plausibel erklären, wenn zum Beispiel eine Firma wieder auf uns zukommt, die mit Smart noch gar nichts zu tun hatte? Und wir versuchen das mittlerweile so zu erklären, wir haben drei Hierarchie-Ebenen. Also wir haben die erste, das ist die passive Ebene, das ist alles, was mit Sensoren, Metadaten funktioniert, die wir irgendwo abgreifen können. Das heißt, wir haben Temperatursensoren, Bewegungssensoren, Wagensensoren, wir können Wetterdaten abgreifen, wir können soziale Mediendaten abgreifen, wir können aus Ergonomie-Tabellen Sachen abgreifen. Das sind alles Daten, die wir passiv irgendwie sammeln können. Das ist die erste Ebene, das ist nicht smart. Also das läuft schon ewig, das lässt sich nur mittlerweile, also wie Bree schon meinte, man kann mit einem Dollar ein Kameramodul kaufen. Das ist mittlerweile so, dass man an diese ganzen Sensoren und diese ganze Hardware sehr leicht rankommt. Das Programmieren ist nicht ganz so einfach, aber es wird immer einfacher. Also es ist der allgemeinen Öffentlichkeit immer besser zugänglich. Jetzt kommen wir auf die nächste Ebene, das ist das Aktiv. Aktiv ist alles, was wir dann mit Software von extern steuern können. Also wir können der Software sagen, verknüpfe die Daten, stell dich selber wieder her, spiel dir ein Update drauf, fang an, Sachen in die Community zu senden oder fang an zu interagieren mit anderen Sachen. Das ist dann aktiv, das ist aber für uns immer noch nicht smart, weil es praktisch ferngesteuert ist. Für uns fängt die Smartness eines Produkts tatsächlich dann erst an, wenn das Produkt autonom handeln kann. Also wenn das Produkt autonom Sachen bestellen kann, also wie der Hundenapf, er merkt, das Level des Futtersacks ist irgendwann zu Ende. Dann fängt er an, autonom Futter nachzubestellen. Du musst dich nicht drum kümmern, das kommt irgendwann per Post. Es wird smart, wenn das System irgendwann merkt, okay, ich laufe auf einen Punkt zu, wo ich entweder aus den Ressourcen rauslaufe, sei es Futter, sei es Energie, sei es ein Wartungsmodus und fängt an, sich selber zu organisieren. Es wird dann smart, wenn es auch in sozialer Ebene dieses soziale Community-Thema bedient. Also wenn es Daten draus nennt, wenn es Daten aktiv empfängt und sich dadurch praktisch, also intelligent will ich es noch nicht nennen, weil so ein Produkt tatsächlich intelligent zu machen, das bedarf einiges mehr, als dass es nur so ein paar Sachen verknüpft und daraus die richtigen Schlüsse zieht, auch wenn es das für sich selber macht. Intelligent wäre dann praktisch noch die nächste Stufe da drauf. Und jetzt kommen wir darauf zurück, warum wir, jetzt das erste Beispiel dieses Dash Button, warum wir denken, das ist noch nicht ganz smart, aber in der Kategorie ist dieses Produkt Hunde, intelligenter Hunde, ein Schritt in die Richtung Smart, Smart Products. Jetzt erklären wir ganz grob, wie das Produkt entstanden ist. Also zunächst haben wir eine Waage mit einem Futternapf kombiniert. Das ist erstmal relativ simpel, auch nicht smart. Dann haben wir angefangen, die Daten aus dem digitalen Wagenmodul an die App zu senden. Dadurch haben wir in der Produktgestaltung das erste Mal so einen Bruch gemerkt und haben festgestellt, okay, cool, wir müssen keine Knöpfe mehr an das Produkt machen, wir müssen keine Schalter mehr machen, wir müssen keine Displays mehr dran machen. Wir haben eigentlich ein Produkt, was günstiger wird. Wir haben ein Produkt, was dadurch, dass diese ganzen Interface-Geschichten fehlen, viel simpler wird, viel zeitloser wird. Und wir haben Software, die von außen draufkommt, okay, wir können das Produkt irgendwie updaten. Also wir haben das erste Mal ein Produkt im Produktdesign, also in der tatsächlichen Hardware, wo wir sagen können, es hat sich auch für das Produktdesign einiges verändert. Und jetzt kommen wir dann wieder auf die Marketing-Schiene, also was dann der Firma am Ende hilft. Wir haben den Sack mit einem RFID-Tag ausgestattet. Und immer wenn der Sack an das Futter rangeht, an den Napf rangeht, stellt der Napf fest, okay, so und so viel Futter ist raus. Und wenn das dann leer ist, kriegt die Firma die Benachrichtigung und es wird nachbestellt. Wo wir dann irgendwann schon mal die ganze Hardware im Napf und in dem Handy hatten, haben wir uns überlegt, ja, okay, die nächste Stufe ist, die Aktivität des Hundes mitzuführen. Also bewegt er sich viel, kriegt er viel Futter. Bewegt er sich wenig, kriegt er wenig Futter. Wird er irgendwann älter, kriegt er anderes Futter. Also so die Differenzierungsmöglichkeiten sind ja unbegrenzt. Das, was man tracken kann. Eigentlich ab dem Punkt beginnt es so ein bisschen autonom zu werden, weil der Napf weiß genau, mein Hund hat sich so und so viel bewegt, hat so und so viel verbraucht, hat jetzt Hunger und hat noch so und so viel Futter von dem und dem Futter. Und ich muss nicht mehr darüber nachdenken, oh, es ist Sonntagabend und ich habe kein Futter mehr. Und ich bin irgendwie sechs Stunden mit dem Hund spazieren gegangen. Und das war so der erste Schritt, dass es wirklich dann autonom smart wurde. Genau. Jetzt zeigen wir den Film. Nutrition. What's the best nutrition for my dog? Difficult questions. Have I chosen the proper food? Am I feeding him the right amount and the right things? Or the classic, oh my, do I have enough food left? What if there was one brilliant answer? What if you had a customised smart food bowl that knew exactly how much your dog should be eating? What if there was a unique way to connect with him? What if you had a perfect overview of his daily activities? What if you could be sure you were feeding him correctly? If he deserves a little treat because he was incredibly active? Or needs to diet a bit because he wasn't? What if you never had to remember to buy food again? Because smart bowl always knows how much is left and automatically orders new supplies. What if there was something that smart and individual that connects dogs and owners in a truly unique way? Wouldn't you love to have it? With the smart bowl and the associated technology, BreastSnap, which by the way means feeding bowl in German, created the world's first engagement ecosystem that makes dogs healthier and owners' lives easier. Plus, it adds sustainably to BreastSnap's income. Imagine that in the first year, 1% of early adopters of Germany's 8 million dog owners chose this ecosystem. That would create double-digit turnover, with the prospect of almost tripling it the next year, an opportunity BreastSnap had to seize. The innovative smart bowl is not just another gadget. It's an at-home point-of-sale solution for loyal long-term customer relationships, providing a steady income and sustainable turnover. But most important, it gives dogs and owners what they appreciate most, more quality time together. Okay, besser hätten wir es nicht sagen können, es ist ein bisschen werbelastig, aber das bringt das Ganze so ein bisschen auf die Spitze. Also, es ist deutlich übertrieben, wie man es aus solchen Videos kennt, aber es gibt so ein bisschen die Begründung, warum man sich mit so Sachen wie smartem Hunde nach beschäftigen sollte oder warum das Marketing ganz weit nach vorne bringt und warum das tatsächlich auch das Produktdesign ganz weit nach vorne bringt. Und wie wir es gerade eben gezeigt haben oder wie wir es gerade eben versucht haben einzuleiten, war das auch ein Prozess, der praktisch mit der Entstehung dann auch gewachsen ist. Also, wir hatten diesen Korpus zunächst aus einem Kunststoff angedacht und sind dann irgendwann darauf gekommen, okay, mit den Möglichkeiten, die wir haben, können wir das Produkt als Abo-Variante einfach teurer machen. Wir können es viel edler machen. Das ist natürlich auch eine Art Provokation auf den Markt, weil solche Produkte schon ein gewisses Zeichen setzen. Und das Interface, man hat es ja im Film gesehen, ist ein Leuchtring, der unter dem Holz durchscheint und der dann die Wageneinheit demonstriert. Also, man hat einen Kreis aus LEDs und wenn der komplett grün ist, ist es genau die richtige Menge. Sobald er dann in den roten Bereich läuft, ist es zu viel und man muss wieder ein bisschen runter tun. Aber das war das einzige Interface-Element, was wir auf diesem Produkt dann auch hatten. Und eigentlich das einzige nicht autonome noch. Also, man muss wirklich das Futter noch selbst da reinkippen, aber weiß genau, ob es jetzt genug ist oder nicht. Ja, ein bisschen die letzte Interaktion zwischen Mensch und Tier. Tier, dann in dem Fall. Tja, das ist so der Ausblick in der Produktgestaltung, wo wir auch in Zukunft eigentlich unser Feld als Produktgestalter sehen. Also, wir versuchen Sachen zu kombinieren, versuchen Produkte in dem Fall dann auch ökologischer zu machen. Also, indem wir sie weiterbringen, indem wir praktisch ein Evergreen-Design schaffen, also versuchen zu schaffen, indem man das Produkt an sich updatebar macht. Also, man kennt das aus der Automobilindustrie, Tesla entwickelt immer weiter. Und die Autos, die es schon auf dem Markt gibt, die sind über Updates auf den aktuellen Stand updatebar. Das ist mit allen anderen Autos. Also, ich glaube, man kann leichte Softwareänderungen in BMW-Steuergeräten machen, aber man kann nicht das ganze Fahrzeug updaten. Und das wird so die Richtung sein, wo wir als Produktgestalter irgendwann hinlaufen werden. Dann haben wir noch eine letzte Folie. Das ganze Thema Marketing, worum wir uns eigentlich hier heute treffen, ist nicht ganz unser Fachgebiet. Aber wir versuchen mal zu resümieren, wo wir im Thema Marketing dann auch die Zukunft sehen. Also, hier ist nochmal aufgelistet, welche Hardware in dem Fressnapf, in dem Activity-Tracker und in dem Futtersack sind. Und durch die ganzen Daten, die der Konsument auch über so ein Produkt freiwillig nach außen bringt, hat die Firma dann die Möglichkeit, mit der Datenerhebung den Kunden zu bedienen, also Produkte zu verkaufen oder Produkte zu werben. Und mag eine gute Sache sein, dass man viele Daten von sich gibt. Ist vielleicht noch zu diskutieren, inwieweit das dann in diesen Surveillance-Modus reinläuft, der dann irgendwann gefährlich wird. Aber es gibt einige Chancen, die sich dafür fürs Marketing und fürs Produktdesign entwickeln. So. Das war's. Die Firma, für die wir das gemacht haben, die wir nicht nennen dürfen, Fressnapf, hat irgendwie... Für die war das zu innovativ. Wir dürfen die nicht nennen. Für die war das tatsächlich zu... Ja, innovativ ist mal ein schwieriges Wort, ein klick nach einer Ausrede. Aber aus ihrer Firmenstruktur und dem Discount-Gedanken und aus dem Hintergrund ihrer Online-Warenkultur war es nicht möglich, das Produkt auf den Markt zu bringen. Es gab Gedanken, dass man das in Richtung irgendwelcher Premium-Aktionen für die 10-Jahresfeier eines besonderen Seniorenfotos für Rasse XY auf den Markt bringt. Aber das war so widerspenstig und so schwachsinnig, dass es irgendwie nicht funktioniert hat. Also, wir müssen dazu sagen, für solche Produkte oder für dieses Produkt, was wir gerade vorgestellt haben, braucht es dann auch die richtige Firma, die, wie wir festgestellt haben, mit solchen Produkten gerade so an ihr Limit gepusht werden sollte. Wenn die Firma ein bisschen über das Limit gepusht wird, dann ist eigentlich das Produkt verloren. Also, weil die Firma das nicht macht, nicht leisten kann und irgendwann auch noch nicht mehr will. Und wie wir in dem Thema... Also, wir haben das 2015 rausgebracht und ein halbes Jahr später gab es auf sämtlichen Innovationsmessen, sei es Las Vegas oder sei es im Internet oder sei es sogar auf Kickstarter, ähnliche Produkte, die eigentlich genau das versuchen zu verkaufen. Also, ich nehme jetzt nicht das Wort Plagiate in den Mund, es gibt ja manchmal so Strömungen, wo Sachen einfach aus der Möglichkeit, die Sachen zu verknüpfen, einfach entstehen. Also, wo verschiedene oder wo gleiche Ideen auf verschiedenen Teilen der Welt einfach identisch gleich aufploppen. Also, wir sind eigentlich der Überzeugung, dass das Produkt auf dem Markt eine gute Chance hätte, dass das alles auch gut durchdacht ist, liegt in meiner Firma, die das dann nachher dann tatsächlich auch in den Markt bringt. Und da sind wir leider als Serviceagentur und nicht produzierendes Gewerbe nicht mit Sprache berechtigt. Die Firma muss auch irgendwie smart werden, ja. Also, wir sind eigentlich auf der Suche nach solchen Produkten. Wir sind weniger auf der Suche, dass wir Produkte auf den Markt bringen, sondern unsere Qualifikation ist tatsächlich in der Produktentwicklung, in der Produktgestaltung und in der Verknüpfung von Hardware, Software und Sensorik und Prozessoren in die Richtung. Also, deswegen machen wir auch viel mit Antwerpos zusammen in diesen zwei Beispielen. Das, ich meine, ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum ihr diese Veranstaltung ins Leben gerufen habt. Also, dass sich solche Felder aus Bereichen entwickeln, also aus unserem Bereich, wir sind so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen worden, oder wir haben ein paar Chancen bekommen, die sich dann entwickelt haben. Das trifft sich ganz gut so in die Richtung. Könnt ihr nochmal was zu den Körbchen sagen? Machen wir gleich eine Mittagspause. Genau. Und gleich ein bisschen im Wimperraum. Was ist noch eine Frage? Ich habe noch eine kurze Frage. Also, scheitert das Produkt nicht im Wissen in der deutschen Forschung, weil im Endeffekt das die Eurofunde verbringt. Also, wenn ich das in Berlin hätte, dann würde ich einfach nie anfangen, der in der Eurofunde. Also, das System sollte es schon hinkriegen, dass es dann noch ein, zwei Wochen vorher ankommt. Und im Prinzip ist auch so der Grundgedanke dahinter, dass man so bestehende Ressourcen auch mitnutzt. Also, wir hatten das Wort, dass vielleicht sogar der Müllmann dir irgendwas vorbeibringt, oder der Postbote, der sowieso immer vorbeikommt, oder irgendwie so ein Techniker. Also, dass es auf jeden Fall auch ankommt und halt fristgerecht ankommt. Das sollte schon funktionieren. Also, sonst ist das ganze System hinfällig. Also, man kann ja, es gibt schon Abos, also Futterabos. Weil, ich meine, der Hund, man kann irgendwann abschätzen, wie viel er futtert. Und man kriegt dann diese 20 oder 50 Kilo Säcke, die kaum jemand schleppen kann. Und die reichen halt eine gewisse Zeit. Das Produkt, also, unserer Meinung nach sind diese smarten Produkte auch nicht Produkte, die den Kunden einfach zu weit überholen. Sondern man muss den Kunden auch an gewissen Strukturen irgendwie abholen. Also, wenn er feststellt, er kriegt das per Post, weiß er, okay, es kommt. Wenn jetzt irgendwann der Müllmann ihm den Futtersack bringt, dann ist es wahrscheinlich ein Schritt zu weit. Oder wenn das Ganze zu smart wird, dann kann er sich selber nicht damit identifizieren. Dann muss er es irgendwie auch begreifen. Also, man kann sehr viel tun, auch in die Richtung Datenerhebung. Man kann ein Produkt zu smart werden lassen. Also, zu smart für die Firma, in dem Fall Fressnav, oder zu smart für den Kunden, dass er es nicht akzeptiert. Und das ist so ein bisschen die Waage oder die Challenge, die wir haben. Ja. 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 Vielen Dank.